Hallo und herzlich willkommen für eine neue Folge von Hearthstone-Duells mit dem Dustin. Denn ich sage, weil er wahrscheinlich denkt, was bin ich für ein Geist, ich bin der Spasti, was auch stimmt. Oder er mal wieder mal ein Problem hat, weil er einfach ein riesengroßer Lappen ist. Achso, nimmst du schon auf? Äh, nee, ich habe nur angedacht, weil ich einfach einen Spast dran habe. Weiß ich, ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt, ne? Was ein Lappen. Doch, ich habe das jetzt echt gar nicht, war so auf mein Handy noch, ich habe doch gelesen, wegen der Klausur am Morgen, äh, wegen dem Test. Ah, ich habe gar nichts mitgekriegt gerade, ne, echt. Oh Gott, ey. Tja. Da ist mal die Aufnahme, den Start schon geverkriegt. Aber richtig, ey. Da verkriegst du erstmal direkt einen Schaden reingeballert. Das ist doch mal schön, oder? Mag ich nicht. Boah. Fahne ich aber nicht so nett. Nicht? Nö. Was wollt ihr? Verkriegst jetzt drei. Denn die Gleichkeit jetzt auch raus spielst, ne? Okay, richtig. Ja, dann, Mom. Eure Mutter war ein Murlock. So. Ja, meine Mutter war ein Murlock. Da hast du vollkommen recht. Bringt mir nichts. Ey, sagt er das nicht? Eure Mutter war ein Murlock. Ja. Zumindest hat er bei mir gesagt. Bester Sitzplatz aller Zeiten. Ja. Der zunächst Zuschauer. So, ja, nochmal hallo und herzlich willkommen zurück. Ich habe gerade, aber... Ich versuche auch mal hinfix, das ist unglaublich, ey. Ja, ja. Das. Immer dieser Lappen. Deine Mutter. Oh, witzig. Äh, mein, 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 mein. Ich weiß nicht, was ich spielen sollst. Ja. Deswegen spiel ich aber dort. So genäßig. Das war dumm. Das war richtig dumm. Warte. Das war richtig dumm, Patrick. Nein. Das ist einfach, den mit zwei Schaden wegzumachen. Nein. Das wird schlauer. Nein. Wenn du jetzt eine Karte, die alles fickt. Ja, okay. Dann... Nein. Mein Popcorn. Das ist mir sogar mit der Karte noch geholfen, weil ich da noch meinen Hund gekriegt habe. Ach, nice. So, erstmal mache ich mir jetzt zwei Mana-Kristalle. Mach das. Juhu. Das Geile ist, die bleiben auch. Du hättest dir auch drei Karten umgeben können. Ja. Aber ich nehme wieder zwei Mana-Kristalle. Weil ich habe ja noch eine Karte jetzt noch, die Null kostet und erhalte zwei Mana-Kristalle für diesen Zug. Ja. Und dann habe ich noch die Münze. Leicht OP. Besten drückst du auf fertig. So. Das könnte helfen, damit das Spiel weitergeht. Ja, das darfst du gar nicht mal so umrechnen. Du bist gleich schon tot. Gar nicht. Keine Sorge, Alex. Die Karallerie ist da. Brich mir Sturm. Kein Sturm. Gottesschö. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Karte du tötest. Dam, 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 dam. Erhaltet ein Mana-Kristalle in diesem Zug. Bitte beide. Bist du dumm? Du wirst gewinnen können. Nein, nicht mit vier Schaden. Ja, aber dein anderer, der Blundensubfraktor, kann da angreifen. Und der noch angreifen? Nee, ich habe doch da mit den anderen angeküllt, oder? Nein. Du weißt, mit den vier Schaden hast du mal eine Karte, die da lag, geküllt. Du hättest mit dem Mocker angreifen können, weil sie mich töten können. Ach so. Ich dachte, der hätte es... Okay. Ich dachte schon, der hätte angerufen können, aber das ist ja nicht schlimm. Jetzt nütze ich Spott. Aber du bist trotzdem jetzt tot, das ist dir klar. Ja, und wenn du mir eine Karte hast, dir die Karte für mich, für Dank. Das ist halt kein Thema, ja. Schieße. Ich bring euch zu. Ja. Nee, du bist tot. Alter. Ist jetzt wahr hier mein Ruiden? Okay, aber du bist noch echt ein Kacklappen. Also gegen dich zu verlieren ist ja schon echt eine Demut. Seitdem du hast deine eigenen Decks, dann bist du besser, aber mit den Standard-Decks wüsstest du sowas von Kack hier ist, ne? Das war gerade mein eigenes Deck, aber das waren die Karten. Dringendst überarbeiten oder, ja. Da kamen nur keine Karten gerade. Also, das ist eigentlich ein Ansturm-Deck, da kamen gerade mal zwei Ansturm-Karten raus. Jetzt spiele ich mit den Standard-Decks. Wie gesagt, jetzt am Wochenende baue ich mir vier, fünf Decks mal zusammen. Ja, das solltest du auch, wirklich, also... Werde ich wohl wahrscheinlich zwei, drei Stunden verbrauchen, aber... Dann hab ich erst mal mehr Decks. So. Ja, gib mir noch mehr Scheiße, am besten nochmal... Ja, ich hab auch, ich hab nur Scheiße, ich hab... Alter, nein, ey, die kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Entschuldig, ich krieg bei den drei Anfang-Dinger, krieg ich ne Karte, die ich direkt schon wegschmeißen will. Was krieg ich als vierte Karte? Richte ich diese nochmal. Ich hab auch Schrott, ganz ehrlich. Ach, gut, sauber. Gib die mir direkt als erste Karte, leck mich doch, du Trickspiele, Alter. Ja, ich kann auch nix machen. Doch, hey. Meine Fresse. Ich habe den Tiger im Tank. Ja, deine Mom. Das ist die Karte, die ich gemeint habe. Ja, ich weiß. Spiele aus. Ähm, bringt mir nix. Bei Mana ist die echt OP. Krasser Zug. Ich will mal einfach im Basistext, dass du weißt nicht, was drin ist. Irgendwann werde ich ein engster Ritter. Jep, deine Mom. Immer noch. Am fetten Arschrauen. Und schick die mir doch nochmal auffahren, du dreckiger Pisser, Alter. Boah, leck mich, ja. Hier kommt, dat da, ficken, so. Ach, ich hätte noch angreifen können. Ach, fick doch einfach, eh, ne. Hey, guck mal, jetzt hast du ja... Ja, ich hätte, ich hätte deine Inspiration Spacken angreifen können. Ja, ich hab... Das wär, glaub ich, auch das Schlaueste gewesen. Ja, wollte ich auch eigentlich. Das war eigentlich der Sinn dieser Karte. Weil jetzt spiel ich den. Ja, dann kannst du mit deinen beiden Karten, kannst du mal eine angreifen. Ja, ich greife deine nicht an. Ob die jetzt die Platt machen können. Aber war der einzige Richtige. So, was spielen wir heute an? Wir spielen dem Gottesstück. Hier, dem hat euer Angriff. Ja, mach mal das so. Die ist sowieso jetzt platt. Aber, leid, ich, ist ja meine selbe Schuld. Weiß ich nicht, ob ich das spielen soll. Das, glaub ich... Kann ich dich nicht böflich sein. Sie hat deine Mom. Die Taverna zumindest schon mal ein kaputtes Schild. Oh Gott, ich hab meinen Helden nicht angegriffen, ich dipp. Ach, das war schön blöd. Jetzt haben wir beide in Fällen eine Aufnahme, geht doch. Wenigstens etwas. Alter, die beiden Dreckskarten, ne, die brauche ich nicht. Komm, spielen wir das. Das kann ich dir nicht sagen. Ja, ich... Ich will jetzt nicht nennen, aber... Die Fähigkeit ist ja okay, ne, aber bla. So. Ja, nett. Ganz Inspiration. Vor allem, weil der Held ja sowieso mit der Hellenfähigkeit einen Angriff kriegt. Ja, genau. Die magst du nicht, ne? Machen wir das. Jetzt weiß ich noch nicht, soll ich der... ... oder die... ... oder die... ... oder die... ... ist gefährlich, ja. Ach, schade. Ich hab gewettet, du greifst meinen Helden an. Ne. Ich... ... ein von den Dienern war mir klar. Weil mit den Karten, die ich jetzt noch auf der Hand hab, kann ich ein Face-Deck machen. Pass auf, du willst mich hassen, ich weiß. Jetzt kommt der Wichser. So, aber... ... Optionen... ... aufgeben. Kampfschrei. Wird verwandelt und erhält die Werte 7,7, wenn ihr ein Wildtier kontrolliert. Ja. Mein Penis ist auch eine lange Schlange. Jo, Raptor, schön Face gehen, alles klar, du machst 8 Leben, nächste Runde bin ich down. Ja. Aber ich mach mir erst mal 6 Schläge wieder, ja? Och du Hurensohn, das fehlt nicht. Sie werden nicht wissen, wie Ihnen geschehen. Schnell und stark zuschlagen. Feuer! Okay. Das kann ich sogar wirklich nachvollziehen. Ich hätte mich auch schwer entschieden. So. Und die will ich irgendwie behalten, damit ich die... Nice. Also erst mal mache ich das. Ja. Dann mache ich das. Gut. Dann mache ich das. Ich hab deine Mom. Nice. Ja. Ach, schade. Ich dachte, da kommt Windzorn und so bei deinem Drecksglück, Alter. Ja, hätte ich auch was gehört. Hätte ich auch gehofft. Bei deinem Drecksglück, ne? Spielen wir die aus, dann spielen wir die aus. Ähm, dann spielen wir die, dann spielen wir die, dann spielen wir die, dann spielen wir die. Ach fuck, boah. Oh Gott, was hast du denn jetzt gemacht? Boah, leck mich am Arsch, Alter. Fick die Hände, das warst du dir aufgenommen mit Schill.